Seid ihr herzlich willkommen! Eine allgemeine Orakel und diesmal habe ich die Engel befragt, was ist die Thematik, was ist die Botschaft und das vermittelt Engel Anahel. Engel Anahel, dieser Name bedeutet Wolke und handelt sich bei dieser Energie um die Liebe. Dieser Engel ist zuständig für menschliche Sexualität. Außerdem bringt die Menschen zusammen, die zusammengehören. Und das kann ein Liebespaar sein, eine Liebesangelegenheit und dieser Engel schützt auch die Hochzeit oder hilft dabei, dass diese Partnerschaft zu einer Ehe führt. Engel Anahel sehen wir hier bei dieser Legung ganz oben und auch diese Liebespaar oder die Verbindungen. Das kann eine andere Art von Verbindungen auch sein, die geschäftlichen Kontakten zum Beispiel. Aber in erster Linie hütet die Sexualität und hütet die Liebe die Verbindung. Und wie erleben wir gerade diese Liebe, diese Verbindung? Das zeigen die Karten. Die erste Karte links zeigt die Feuerelement. Und hier auf diesem Bild ist eine Dame. Und wenn du eine Frau bist, dann symbolisiert diese Karte dich, symbolisiert deine Haltung. Du hast auch einen Stab im Hand und das bedeutet, du bist schon handlungsfähig. Und dieser Feuerelement bedeutet deine Kraft, deine Mut, auch deine Begeisterung. Aber die Stäbe sind hinter dir wie ein Zaun. Und das zeigt Einschränkungen. Du bist dieser Zaun schon erreicht. Also hast du vieles erreicht und hast du Kraft gezeigt und könntest du dich ganz gut behaupten. Aber du stoßt gerade in deinen eigenen Grenzen. Weil du bist gerade kraftlos, mutlos. Du weißt nicht, wie das weitergeht. Es fehlt auch die Begeisterung. Und das löst bei dir eine bestimmte Situation aus, wo du diese Einschränkungen hast. Und das wäre gut, das Loslassen. Da Rücken treten. Eine andere Richtung schauen. Und das sehen wir bei der zweiten Karte. Die zweite Karte von links aus gesehen. Dieser Stab ist immer noch in der Hand. Du bist handlungsfähig, aber nicht die Einschränkungen betrachten, sondern da aussteigen. Eine andere Richtung schauen. Und die Zahl 2 auf diesem Bild bedeutet die Zweisamkeit. Du bist nicht alleine. Er ist da. Oder jemand unterstützt dich. Was diese Karte noch bedeuten kann, bestimmten Verträgen unterschreiben, eine neue Richtung schauen. Und in deiner Hand sehen wir diesen Globus und das symbolisiert die ganze Welt. Und das kann natürlich eine Reise auch bedeuten oder Auslandskontakte, da Verbindungen. Ganz unten rechts ist wieder ein Stab. Wieder die Feuerelemente. Kraft, Mut, Begeisterung. Und wenn du etwas veränderst in deinem Leben oder in deiner Einstellung und nicht festhältst, diese Einschränkung, sondern es ist etwas noch da, was dich begeistern kann, dann geht alles voran, weil Feuerelement ist schon aktiv. Die dritte Karte von links aus gesehen zeigt einen goldenen Taler. Und dieser goldene Taler bedeutet die Finanzen, indirekt Beruf, Berufung. Das ist die Thematik. Und dieser Mann überreicht dir das. Und das kann finanzielle Unterstützung sein oder ein tolles Angebot, Besonderes, was Beruf, Berufung betrifft. Aber Engel Annael betont die Liebe dieser Verbindung. Und hier zeigt dann diesem goldenen Taler entweder finanzielle Unterstützung von seiner Seite aus oder was dieser Bild noch symbolisieren kann, das ist die Wertschätzung. Du bist für ihn wertvoll. Ihr seid es wert, diese Liebe zum Leben. Was diese Karte noch bedeutet, diesem goldenen Taler, symbolisiert die Erde-Element. Und Erde-Element bedeutet Bodenständigkeit oder Realität. All das, was euch begeistert oder was dich gerade begeistert, wird das Realität. Und er unterstützt dich dabei oder stärkt dich. In der Mitte links sehen wir die Kirchen. Und die Kirchen zeigen die Gefühlen. Diesmal handelt es sich um seinen Gefühlen. Diese Karte und diese Bilder bedeuten die Träume. Er hat verschiedene Träume. Er möchte seine Berufung leben. Er möchte Wohlstand, Gesundheit. Er begeistert ist von Spiritualität. Oder ist ihm auch sehr wichtig, diese Liebe zum Leben. Also verschiedene Ideen, Wünsche und Träume sehen wir hier. Wenn er das vertraut und er ist überzeugt davon, dass dieser Traum wahr wird, wie zum Beispiel euren Lieber, dann wird das auch so sein. Das bringt dann Glück. Aber wenn es eine Einstellung ist, das wird sowieso nichts, daran glaube ich nicht, dann platzt dieser Traum und dann wird er enttäuscht sein. In der Mitte sehen wir die Zahl 10. Und diese Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang. Es beginnt bei euch eine neue Periode. Und diese Karte betont die goldenen Tale. Das kann Gewinn sein, Wohlstand sein, berufliche Veränderung sein und mehr Stabilität in eurem Leben. Was diese Karte noch vermittelt, wie wichtig das ist, immer im Gegenwart sein. Und die Chancen sind schon da. Aber rechts in der Mitte sehen wir, er muss noch einiges mitschleppen. Dieser Neuanfang ist da. Sein Vertrauen ist auch da. Er möchte die Träume leben verwirklichen. Und das gelingt auch, weil die Münzen zeigen die Erde Element, die Realität. Aber ihm ist es bewusst, dass Anfang gibt es noch Schwierigkeiten. Oder beruflich hat er viel zu tun. Er muss noch einiges mitschleppen. Kann auch bedeuten, diese Karte, dass er an etwas festhält und er sollte loslassen, damit er hier ein Neuanfang starten kann. Und das aber mit Leidigkeit. Und das war diese Engel-Orakel, diese Aufnahme. Wenn dir dieser Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das likst oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in der Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Und dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Eure Dendera